Du siehst hier die Briefverteilanlage. Die Briefe werden erst eingezogen, dann werden sie vorsortiert und dann werden sie nochmal im Detail sortiert, sodass sie wirklich an ihren Empfänger gelangen. Nenne fünf Dinge, die du mit Beschleunigung verbindest und... Autofahren, Zugfahren, Fahrradfahren, Busfahren und Rennen. Oha, Jule, du hast es perfekt geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020